So, ähm, Leute, da ich gestern ja so abrupt abbrechen musste, ja, meinen Speicherplatz von der Festplatte voll war, werde ich heute doppelte Action machen. Also, Bowser hat gerade noch gesagt, ja, ich, du, ähm, du wirst dem Koopa-Trupp, ähm, beitreten, du kannst mir später danken. Mario und seine Freunde sind dem Koopa-Trupp beigetreten, also, also, beigetreten, oder so in der Art. Bowser ist der Gruppe gejoint. Yeah. Party. Ähm, would you, äh, also, würdest du eine Explo... ja. Äh, also... Ihr seid zu viert, aber... Es können nur drei... Fighting, also, kann, kann, also kämpfen kann man nur zu dritt, höchstens. Ähm, benutzt, also, benutzt Tausch. Die drei, die kämpfen... Ne, das sind die drei, die kämpfen. Ähm, während die anderen Leute hier warten. Ich... Ähm, weder zwei von denen zum Switchen. Ja, so will ich das auch haben. La, ja, komm, Mario muss all das fighten. Na toll, also... Na, ist ja, ist ja dämlich. Na, toll. Äh, Tausch. Also, Mario muss immer kämpfen, also kann ich nur... So, und ich glaube aber, die anderen kriegen trotzdem noch, ähm, Experience dazu. Weil ich hab mich da belesen auf der RPG-Oase. Hallo. Hallo, du. Ähm, Booster ist gerade beschäftigt, also kann er nicht spielen. Ähm, komm zu einer anderen Zeit wieder, oder... Nein, oder du kannst versuchen, mit Gewalt dir einen Weg hier reinzubahnen. So würde ich's jetzt übersetzen. Forced to ist etwas mit Gewalt tun. Da... Static... 1, 2, 3. Super. So. Also, Booster wird wahrscheinlich die richtige Kampfmaschine in meinem Team. Was hat denn da für... Terrorisierung, oh mein Gott. Oh, oh. Wow, 37. Boom. 6 und 4, äh, wären 60. Nein, warum auf Geno? Warum lag das? Ja, wie gesagt, heute doppelte Ladung, das heißt, zwei Folgen, zwei Mario RPG. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich gerade Bock auf dieses Spiel hab und... Hoffe, ihr freut euch drüber. Weil ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen in den Rhythmus reinkommen, weil... Irgendwann muss ich das ja auch beenden. Ja, super, geil. Geil, was ein Scheiß. Was ist das denn hier? Booster der Erste. Booster der Zweite. Booster der Dritte. Scheiße. Was bist du? Spockum und Orb-User. 10. Okay, der ist tot. Boom, boom. 52, das hab ich doch von Mario erwartet. Yay, ich tanze, Dre. Ha, ha, ha. 60 und tot, das ist schön. Yay. 5 Experience Points. So, das ist wahrscheinlich Booster der Vierte, Booster der Fünfte, Booster der Sechste. Und, da war bestimmt Booster der Siebte. Booster. Come along. Wie viel denn noch? Und ich springe halt... Was ist das? Marionette? Remo, komm. Ist aber eine Marionette. Ich hab Angst vor dieser Marionette. Die sieht merkwürdig aus. Und angriffslustig, natürlich. Yay. Oh mein Gott. Sie tanzen. Kristall. Boom, boom, boom. Hallo, wie viel Schaden... Nein, Geno. Scheiße. Warum Lucky? Ich will Once Again. Boom. Boom. Ach ja, greift nur Mario an. Also für mich ist das kein Problem. Boom. Boom. Ja, kann das auch mal sterben, das Team? Doch, danke. Yay, tanzen. Kristall. Auf, Booster. Super. Genial. Und... Boom, boom. Tot. Nein. Scheiße. Boom. Warum keine Super-Mega-Power-Bams-Gepound-Und-Und-Und-Und-Und-Und-Und-Und-Und. Und sowas. War von. Boom. Thank you. Yay. Ach, ey. Ähm. Geld verdoppeln. Ja, von mir aus. Ich hab eh genug Geld. Also, ich hab eh 999. Fast. Nein. Ja, und deswegen bleibt das Geld auch. So. Haha, leicht ausgezickt. Äh, was ist diese große... Rush? Keine Ahnung. Okay. Ach, Zug bestimmt. Oder dieses Geräusch oder sowas. Ähm. Ich bin Booster und... Ähm... Dis is... Ach, dis... Dis is my... Ach so. Ich dachte, das wäre ein Wort. Also, und das ist mein... Ähm... Berühmter... Tower, also... Turm der... Amüsierens. Amusement, ja. Ähm... Normalerweise... Heiße ich... Ähm... Ähm... Hier Besucher willkommen, um mit mir und den Sniffels zu spielen. Wie auch immer, ein... Mädchen... Ähm... Ist aus der... Aus den Wolken gefallen, oder aus dem Himmel gefallen. In... Also, in mein Labor. Oder in mein... Ja, also vor kurzer Zeit. Ähm... Seit da... Also, seit da... Ich... Ähm... Bin damit beschäftigt, sie... Fröhlich zu... Ähm... Behalten und sie zu entertainen. Ähm... Ich habe... Nicht die Zeit... Mit dir zu... Spielen. Also, ich habe nicht die Zeit, das zu... Spielen. Ähm... Bitte... Pff... Dir... Enjoy yourself. Also... Ähm... Beglücke... Beglücke dich selbst. Also, ähm... Amüsiere dich selbst. Ähm... Das ist aber... Zu seiner eigenen Gefahr. Ohohoho... Hey, Bowser... Hey, bleib hier. Bleib hier, Spast. 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 Ey, der ist... Nach da wieder gelaufen. Willst du mich verarschen. Ähm... Ja, irgendwas mit Bowser... Booster... Was auch immer. Bäm... 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 Oh, es lebt die Tiere. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich muss meinen Computer wirklich mal aufräumen. Ich muss mal alles auf die externe Festplatte machen und dann... Yay! Genus-Tot. Dumm. Und kann es sein, dass hier... Ach, stopp. Komm. Warum stirbst du nicht? Da halt. Static E. Ach, warum? Warum? Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hinkriege. Weil ihr seht ja, wie es laggt und... Ich will ja eigentlich auch SNES-Spiel noch weiterspielen. Dumm. Da kann das mal sterben, das Vieh. Ich mache gleich Terrorisieren. Ein Baum auf Bowser. Bumm. Bumm. So. Oh, 13 Schaden. Das ist ja richtig toll. Terrorisieren. Ich probiere es einfach mal. Was muss ich machen? Rotiere dein Pad. Okay. Was? Toll. Das hat ja jetzt mal gar nichts gebracht. Rotiere dein Pad. Es gab nur das... Das Digi-Pad, oder? Ja, auf dem SNES gab es nur das Digi-Pad.